Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Story of Thor, Part 24 jetzt schon. Damit sind wir schon bei weitem, oder schon ein ganz gutes Stück länger dran als an der gesamten Mega Man The Wily Wars Kollektion. Und das letzte Mal sind wir hier in diesem lauschigen Raum mit den lustigen Kugeln und den tollen Fliegen hängen geblieben. Oder stehen geblieben, besser hängen nicht. Haben den Schalter aktiviert und 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 schauen doch jetzt einfach mal, wie wir machen können. Ach, ja, das ist das Sprungverhalten. Okay. Da war ein bisschen Angst. Aua. Irgendwas hat sich verändert. Hm, was? Ist die Tür aufgegangen, hey. Sehr gut. Boah, natürlich explodiert die sofort. Eine tun das nie. Was? Das war's. Ja, natürlich. 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 Was darf ich damit? Natürlich nicht. Es geht durch. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, was... ...was der Schalter jetzt genau bewirkt haben soll. Aber wir haben Schlüssel. Das ist schon mal viel wert. So. An dieser Stelle schicke ich jetzt auch mal meinen Geist weg. Und warte mal so ein bisschen, dass sich das Mana auflögt. Beziehungsweise heile mich vorher nochmal. Und leide dann meinen Mana auf. Ja. Hm. Bald fängt ja... Oh, Moment. Hat das nicht schon angefangen? Ja, ich glaube, das hat schon angefangen. Am 25. war das, ne? Ja, sicher. Game of Thrones. Ich bin ein Riesenfan von der Serie. Ich habe bisher alle Folgen gesehen. Bis natürlich... ...sechste Staffel. Die kann ein bisschen ausklammern. Oh. Hm. Und... Ja, wie gesagt. Ich mag die Serie ungeheuer. Es ist halt eine von den Serien, ähm... ...wo man sich nie sicher sein kann, dass ein Charakter überlebt. Nur weil er gerade ein Hauptcharakter oder ein Liebling der... ...massen ist. Hm. Hm. Und das allein macht die Serie schon extrem reizvoll, finde ich. Äh, ich habe das Gefühl, ich bin hier irgendwie falsch. Ich hätte es einen Schlüssel, aber ich weiß nicht, wohin damit. Hm. Ach, danke. Wie weit ist der denn jetzt gesprungen? Hm. Ah, hier kommen wir jetzt bestimmt rein. Jawohl. Hm. wie viele kommen denn noch von euch ja an dieser stelle will ich dass wir ein bisschen mehr Energie bekommen Mana meine ich natürlich haben wir es jetzt bald nein was zum leute bitte ja ihr lieben entwickler ihr seid die größten und ihr seid die tollsten was es ist immer noch nicht vorbei wirklich doch ist es was schmeißen wir denn weg ach komm schmeißen wir Kraft weg Brum sind eh nicht so dolle ja man sollte vielleicht auch mal die Augen aufmachen hmm Huh? Okay, dann ... Ah, vielleicht ist hier irgendwas Unsichtbares. Ah, da weht der Winter, nein, hier ist weg. So, hier kriegen wir wieder unseren lieben Schatten. So, hier kriegen wir unseren lieben Schatten. Hm. Brauchen wir jetzt den Schlüssel? Ich bin verwirrt, ach Leute. Ah, super. Hm, okay. 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 Bye. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin verwirrt Ich weiß nicht, was ich machen soll Mal wieder Ach komm schon And stuff Wo kommen wir denn nach oben hin? Ich hab hier ja gar nichts Muss es leider sagen Keine Ahnung mehr, was hier noch gemacht wird Danke Spiel, danke Okay Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, wo wir jetzt mit diesem Schlüssel hinkommen, müssen wir beim nächsten Mal herausfinden. Ich habe gerade, ehrlich gesagt, überhaupt keine Idee. Aber, wie gesagt, beim nächsten Mal habe ich vielleicht eine. Und wenn nicht, vielleicht kriege ich noch eine. Bis dahin. Wir sehen uns.